Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Lena und heute werde ich mal ein FMA mit der lieben Mystery drehen. Sie ist bis jetzt meine Reibbeteiligung. Und ja, Sarah ist in diesem Urlaub, den sie von dieser Reise gewonnen hat, von diesem einem Knie. Und deswegen muss ich heute auf, na gut, ich muss noch eine Woche auf Mystery aufpassen. Und ja, heute möchte ich sie mit dem Teilsring reiten. Und eins möchte ich noch sagen, ich möchte nicht mehr so gerne grüßen. Und außerdem vielen Dank für die 1000 Abonnenten. Und sogar sind jetzt 1001 Abonnenten. Und das ist einfach mega, mega, mega viel. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass es weiter so geht. Und ja. Und jetzt als nächstes werde ich Mystery aus der Box holen. Und dann werden wir uns zum Satteln begeben. So, ich habe jetzt hier das Halb in der Hand und werde jetzt Mystery holen. Äh, so. Und immer. Ja, fein. Fein. So. So. Perfekt. Und da komm. So, jetzt steht sie da, die Mystery. Ähm, ich werde jetzt den Sattel holen und sie dann aufsatteln. Ich muss kurz... Ja, der Stall ist leider leer, weil die Pferde sind alle weg. Und sie wurden nicht gestohlen oder so. Aber die meisten sind auf Reisen mit ihren Pferden. Am beliebtesten ist die Ostsee. Naja, aber da werde ich auch bei Mystery hinfahren. Und jetzt kommt der Halsring. So. Und jetzt kommt das Halb da ab. So, jetzt bin ich fertig. Und ja, ich... Es ist irgendwie komisch, keinen Zügel zu sehen, auch wenn man auch gebisslos reitet. Ähm, naja, ich werde jetzt mal aufsteigen. Und... Ich nehme lieber... Ich nehme lieber mal eine Aufstiegshilfe, ähm, weil es zu dem Rücken ist ja das besser. Und ich werde dich mal ganz kurz allein lassen. Nur ganz kurz. So, ich habe jetzt so einen Agility Holzplatz genommen. Und da werde ich jetzt draufsteigen. Gut, okay. Eins, zwei, drei, und? Und schau. So, jetzt setze ich auf dem Pferd. Und ja, jetzt kann es auch losgehen. Wow. Okay. Es führt sich in die andere... So, das ist unsere Reithalle. Ich habe schon einen Sprung aufgebaut. Und da werden wir rüber springen, weil ich wollte noch ins Gelände gehen. Und dafür muss ich ja erstmal springen können. Und, ähm, ja. Deswegen werde ich jetzt mal reingehen und dann vielleicht einmal springen. Oder ein paar Mal springen, besser gesagt. Und dann werde ich wissen, ob ich, ähm, ja, ins Gelände gehen kann. Und, wow, äh, es ist sogar einfacher als ich dachte. Es ist ganz easy. Und, ähm, ja. Ich glaube, wir können ins Gelände gehen. Und dann würde ich sogar jetzt sofort tun. Nochmal ein kleiner Sicherheitssprung, damit ich mir wirklich sicher bin. Und, hopp. Jupp, es passt. Na gut, noch einmal. Und ich bin mir total sicher. Und ja, dann würde ich auch jetzt mal ins Gelände gehen. Ja, so, wir sind jetzt draußen. Und hier ist unser Geländeplatz. Und auf der anderen Hälfte ist sozusagen unser Springplatz. Also auf der Rasenhälfte. Hier ist ein bisschen Sand, aber sonst ist da auch überall Rasen. So, hier ist unser, ja, Gelände-Trainingsplatz. Ich weiß, dass meine Freundin Lara schon wieder ein Video gedreht hat. Aber dafür, ähm, gibt es jetzt was anderes. Ich mache, ähm, ja, auch was Genossen aus wird. Und so, ich habe jetzt ein Sprungquadrat auf. Jetzt werde ich an, galoppieren. Und... Okay, das war einfach. Und, okay. Oh, mit dem Halsring. Es ist doch gar nicht so leicht, wie ich dachte. Aber es geht. Es ist ganz okay. Aber man hat halt nicht so den Hals. Als kurze Abwechslung dachte ich einmal, dass ich einen größeren Sprung machen werde. Und, ja. So, ich denke, das ist ganz einfach. Ähm, weil, ja, ich denke, das können wir schaffen. Und, ja, los geht's. Und, ah, Mystery. Mystery ist jetzt weg. Und, naja, auch gut, der Sprung ist egal. Ich muss jetzt erst mal Mystery suchen. Ich glaube, das ist so, Gras. Ich habe keinen Hunk. Oh, Mystery sein könnte. Oh, ich... Ich weiß einfach nicht, was ich sein könnte. Oh, mein Gott, warte. Ich stöße dich, was? So, ich bin jetzt ganz nah dran. Und da ist ein neues Welt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, ich will sie gar nicht stören. Ja, okay. Mann, sie gehen nicht. Ich muss mich da nicht einmischen. Hey, äh... Mystery... Hey, Süße, was ist mit dir los? Na, komm. Oh, Mystery. Ja, ich hätte mich da nicht einmischen sollen. Ich gehe mal wieder. Aber was ist, wenn sie... Ich muss sie missnehmen. Gehört sie Sarah, nicht mir. Na, komm. Es tut mir leid. Mystery muss mit. Mystery, ich kann da nichts gegen tun. Mystery, bitte. Ich kann sie nicht mitnehmen. Vielleicht kommt sie ja. Ich kann mich einfach nur auf den Boden legen. Mystery ist weg. Und ich... Ich bin hier alleine. Ist gut. Mystery, das bist doch nicht du. Doch, du bist es. Cool. Ja, und du auch. Oh, wie cool. Du bist wieder da bei mir. Hm, ich glaube, wir beenden das Geländetraining für heute. Oder? Hm. Ich lasse dich einfach mal frei. Äh, ab mit dem Sattel. Na los, blau. Meine Fär... Wenn sie glücklich sind, dann bin ich auch auf jeden Fall glücklich. Sie haben es verdient. Äh, wo bin ich? Hm, ich bin hier eingeschlafen. Hm, habe ich das etwa geträumt? Oder... Hm, ich glaube, ich habe es geträumt. Oder? Bist du echt? Ja, du bist echt. Und... Oh, ich habe es nicht geträumt. Es war echt. Du bist kein Wildpferd. Du bist ein Wildpferd. Kein Reitpferd. Das versichere ich dir. Und ich kann... Hm. Ich werde euch mal hier alleine lassen. Ich bin ein Mensch. Und ihr seid Pferde. Dann gehe ich mal in die Gegend. Ähm... Ihr wollt... Ihr wollt mir spielen, habe ich recht. Na dann kommt. Fangt mich. Ui. Na, ihr habt mich aber schnell gefangen. Wow, ich sehe gerade das... Warte, Mystery. Was hast du da an deiner Mähne? Oh mein Gott. Das ist das Zeichen von Sulaika. Das Zeichen von Sulaika.